Valorant Tagebuch Part 27. Gestern hatten wir zwei unterschiedliche Gameplays und das war echt interessant eigentlich, weil ich analysiere ja auch immer im Nachhinein so ein bisschen das Gameplay. Wir hatten erst einen Fünfertrupf an Frauen. Das hat sehr gut funktioniert, weil wir relativ alle auf dem gleichen Level waren. Das hat sehr gut funktioniert und was wir hatten, in den Runden gab es keine zwei Smoker. Also es lief eigentlich sehr gut dadurch, dass wir wirklich gesehen haben, die unterschiedlichen Herausforderungen von den einzelnen Agenten sind sehr, sehr wichtig im Gameplay. Nachdem dann zwei Leute raus sind, weil es ja auch irgendwann mal Feierabend für die, hatten wir dann ein ganz anderes Team, wo ein Mann dabei war, auch wieder der Rest nur Frauen und da passierte dann Folgendes. Und das ist so im Nachhinein, ja, ich kann mir das ja angucken im Nachhinein immer, meine Streams noch und so. Da ist dann mir Folgendes aufgefallen. Der Mann war der Überzeugung, ich bin der Held. Gut, für ihn war es jetzt so mit vier Frauen spielen, er ist der Hahn im Korb und so. Und er wollte natürlich glänzen, hat aber, muss ich ehrlich sagen, dubios verkackt. Leute, ganz ehrlich, hört auf, bei Frauen glänzen zu wollen und spielt einfach das Game. In dem Augenblick seid ihr wirklich wesentlich besser dran, als das, was ihr da bietet. Zweitens, einen Dreiertrupp wieder aufzubauen, der dann nur noch miteinander spielt und die restlichen beiden Leute links liegen lässt, muss ich ehrlich gestehen, ist kacke. Und das passiert komischerweise immer in dieser Art von Konstellation. Zwei Weiber an der Seite und ein Kerl in der Mitte. Die Weiber wollen dem natürlich ein bisschen, ja, ne, finden ihn ja toll und so, weil er ja so toll spielen kann. Deswegen wird dann auch nochmal die Klof gewählt, obwohl dann schon ein Smoker da ist. Naja, gut, Trolli braucht ja nicht mitspielen, ist ja wirklich unwichtig. Die wird dann verheizt und die wird dann irgendwo, ne, der Typ ist dann rausgegangen mit 49 Kills. Trolli hatte, ich glaube, zwei hatte ich, zwei Kills oder so in der Runde bekommen. Jetzt werden natürlich einige sagen, spiel besser oder bla bla bla, aber du kannst nicht besser spielen in dieser Konstellation. Du wirst außen vor gehalten. Die gehen nämlich mit sich, diese drei Personen, die zusammen spielen wollen, gehen rüber auf A oder B, nur diese Konstellation spielt zusammen und der Rest wird links liegen gelassen. Es ist wirklich so, der Rest wird links liegen gelassen, weil die sind dann mit sich beschäftigt. Die sind wirklich ausschließlich mit sich beschäftigt. Die sehen auch die anderen Spieler nicht mehr. Ja, du als Spieler wirst komplett verheizt. Das Interessante war, was ich dann auch mitgekriegt hatte, war, dass sie dann an einem Eingang standen auf A und sich weigerten reinzugehen, obwohl sie hier Duellist waren und was weiß ich, ja. Also diese Agenten, die wirklich eigentlich reinpreschen sollten, da spielten die. Da spielten die wirklich so ein, so ein, so ein, ne. Und im Endeffekt, was haben sie getan? Sie haben, nee, nee, ich will nicht sterben. Wirklich? Really? Ich denke, du bist ein Top-Spieler. Ich denke, ihr seid so, ey, geile Spieler. Dann geht doch rein. Warum muss ich als Taktiker, Omen-Spieler, warum muss ich da reingehen? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch eigentlich die Smokes zu setzen. Aber gut, ihr habt ja lieber eine langsame Clove genommen, weil die konnte ja besser schießen. Ja, wieso hat denn die Clove nicht geschossen? Sie hätte besser schießen sollen, anstatt Ewigkeiten lange für irgendwelche Smokes zu brauchen. In der Zeit, wo die ihre Smokes gesetzt hat, hätte ich dreimal die Smokes gesetzt. Sorry, ist wirklich so. Ich smoke mittlerweile wirklich richtig fix. Aber stimmt, ich kann schlechter schießen. Klar, weil ich schlechter schießen kann. Ja, aber was ist eigentlich besser? Jemand, der vielleicht besser schießen kann, aber dafür deinen Weg schneller smoket und du dann dadurch auch besser smoken kannst und die sich nicht hier versammeln können. Ich meine, ganz ehrlich, die Gegner haben so viel Zeit gehabt, eine Versammlung schon davor zu starten und die haben so viel Zeit gehabt, von hinten schon ranzukommen und was weiß ich, wir sind nicht reingegangen. Irgendwann bin ich reingegangen, weil ich gesagt habe, komm, wir brauchen eh keine zwei Smoker, lass die langsam weiter smoken und ich gehe rein, damit die mindestens mal wissen, wo das ist. So, wie wär's denn mal mit einem Wächter? Hallo? Mit einem Wächter in so einer Runde. Ist voll geil. Wisst ihr, so ein Wächter, der schießt dann mal so einen Pfeil und dann kann man sehen, wo die Gegner stehen und kann sich dementsprechend anpassen. Man kann auch dementsprechend die Smokes anpassen. Aber nein, wozu? Sollte man ein bisschen Technik spielen? Warum? Sollte man ein bisschen Taktiker sein? Nein, ah, nee. Ach, Taktik wird überbewertet, braucht kein Mensch. Mensch, also wirklich, ungelogen. Deswegen, ne? Alter, ihr habt so einen auf den Arsch gekriegt. Ihr habt so dermaßen einen auf den Arsch gekriegt und ich habe hier nur gesessen und zugeguckt. Also wirklich, ich habe mich teilweise mit Absicht dann auch abmucksen lassen, weil ich gesagt habe, das lohnt nicht, mit denen zu spielen. Weil der andere, der Random, der mitgespielt hat, der ist ja auch irgendwann rausgegangen. Der hatte keinen Bock mehr, mit euch zu spielen. So, warum haben diese Leute dann keinen Bock mehr, mit euch zu spielen? Richtig. Weil ihr vergesst, dass wir fünf Leute sind und nicht drei. Und was habt ihr im Endeffekt gebracht? Nichts. Nichts. Wir sind runtergerankt worden, weil ihr drei nicht fähig seid, mit den anderen zwei Menschen, die dort auch noch sind, euch vernünftig auszutauschen, vernünftig miteinander zu spielen, vernünftig alle fünf Leute einzubeziehen und vielleicht auch mal wirklich von jeder Sorte nur einen Agenten zu haben. Weil diese Agenten, muss ich euch mal sagen, die haben schon ihren Sinn, dass es die gibt. Und diese Agenten könnten wirklich, ungelogen, sie könnten euch helfen. Sie könnten euch wirklich helfen, im gesamten Team zu gewinnen. Aber nein, stimmt, das Team bestand ja nur aus drei Leuten. So, deswegen, die Konstellation der Frauenmannschaft vorher fand ich richtig geil, hat mich richtig beflügelt, fand ich richtig mega cool. Und wir hatten wirklich ein schönes, geiles Gameplay. Wir haben nicht jede Runde gewonnen, definitiv. Konnten wir auch gar nicht, weil da wirklich teilweise dann ein komplettes Team als reines Silberteam da war und so weiter. Und bei uns waren wir Iron, Bronze und so. Wir hatten nur einen Silberplayer. Also der konnte natürlich nicht alle holen. Aber Leute, mal ehrlich, es macht viel mehr Spaß, wenn fünf Menschen miteinander spielen, als wenn nur drei miteinander spielen. Vielleicht sollten wir das alle mal irgendwie ein bisschen manchmal unsere Vypa disieren lassen. Und wie gesagt, mein Vorteil ist es, dass ich hier das Gameplay aufzeichnen kann und dementsprechend auch immer weiß, so ein bisschen was da abgelaufen ist. und mir das im Nachhinein häufig noch angucken kann. Ich sehe viele, viele Fehler. Leider bin ich kein guter Schütze. Wenn ich mein Schießen hinkriege, dass ich auch noch ein guter Schütze werde oder so, dann kann ich definitiv mehr machen. Aber im Moment bin ich halt noch nicht so weit. Ich bin halt nur ein Iron-Spieler. Aber wenn nur ein Iron-Spieler schon merkt, dass in diesem taktischen Gameplay ein Fehler ist, das ist doch schon peinlich, oder?